Fertig! Hey Kinder! Hallo, hallo, liebe Zuschauer! Ach, heute seid ihr da unten. Hi! Ein kurzes Video. Ich dachte mir, mit Musik und sowas, es ist ja morgen ist ja schon Freitag. Heute ist Freitag, heute ist Donnerstag. Morgen ist Freitag. Und ich dachte mir, ich schone meine Stimme. Es wird nicht immer rumgegrillt. Ich spiele doch. Ich hoffe, dass das Mikrofon irgendwie den Ton so ein bisschen gescheit aufnimmt. Aber wahrscheinlich nicht. Achtung, passt auf! Fertig! Nein, jetzt im Ernst. Los geht's! Ich kann drei Sachen. Eine kann ich halb, die andere auch halb und die andere ganz. Ich zeige euch erstmal... Oha! Früher konnte ich das ganz gutes Lied. Und dann wollte ich es letztens meinem Schnecklein vorspielen. Das konnte ich es nicht. Dann habe ich es innerhalb von einer Nacht schnell für sie wieder gelernt. Vorsicht! Das war's! 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 Das ist basically vowerlich, woher 없다! Jetzt wieder mal die ander間 der Call remote sind. Das war's! Ja, das war's, das kennt ihr vielleicht von, ähm, nein, das kennt ihr vielleicht von Halo oder sowas, von dieser Belief-Werbung, das war von Chopin, Raindrops, Prelude, irgendwas, keine Ahnung, aber nur ein Teil, ich hab nur den Teil gelernt, der auch in dieser, der auch in der, ich hab nur den Teil gelernt, der auch in der Werbung ist halt, weil ich es so geil fand, ah. Jetzt noch der Flohwalzer, den kann ja jedes Kind, Fledermäuse sind blind, und dann noch Super Mario, ich schäme mich echt, dass ich das nicht mehr richtig kann, Super Mario konnte ich nämlich echt gut, aber das hab ich verhudelt. Achtung, warte, nur jetzt anfangen kann ich. Fick, Moment. Und weiter kann ich nicht mehr. Ich kann's komplett scheiße. Ich kann noch was, Achtung. Das war's soweit. Viel Spaß mit der Musik. Ich hab keine Zeit. Ich hab so wenig Zeit. Ich hab sauer wenig Zeit. Komm, ich bin ehrlich. Komm, ich bin ehrlich, ich hab vorhin, ich hab vorhin sogar einige Videos, die schon fertig sind, die schon hochgeladen sind, die eigentlich für normale, für andere Tage sind, hab ich jetzt schon umgeschoben auf Freitag und Sonntag. Aber jetzt hab ich doch zumindest, ähm, also ich hab damit gerechnet, dass ich nichts hab, aber jetzt hab ich doch hier Musik gemacht, naja. Ah, gute Nacht. Das ist übrigens mein, ich glaub, mein uraltes, äh, Elektro-Piano-Klavier. Hat auch nicht genug Tasten irgendwie, ne, da fehlt doch, da fehlt, glaub ich. Und der Ton, der Ton ist ganz komisch. Ja, naja, okay, ähm, bis zum nächsten Mal, tschau, tschau. Tschau, 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 tschau.